Warum bist du eigentlich so nett zu mir? Ich muss gerade an was denken. Manchmal scheint die Sonne und manchmal regnet es. Das Wetter kann man nicht beeinflussen. Trotzdem regen sich die Leute immer über den Regen auf. Das Problem ist aber nicht der Regen, sondern das, was die Leute daraus machen. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. 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 Es gibt nur schlechte Kleidung.